Wir sind jetzt in Haare angekommen, das ist auch ein sehr beliebter Urlaubsort für Orklander generell. Ich fühle mich gerade nicht selber, weil mein Weitwinkelobjektiv leider nicht mehr funktioniert. Deswegen muss ich jetzt immer mal eine nette Luftbremse ein bisschen besser fragen, wie ich eben filmen kann. Aber ich denke mal, das ist auch in Orkland. Wir befinden uns jetzt am Hot Water Beach und wenn man hier Löcher buddelt, kann es passieren, dass man auf Wasser trifft, dass 70 Grad oder noch heißer ist. Richtig cool. Jesus Christ! Jetzt wird gegessen. Oh, okay, so we go. Wir können jetzt finishen. Oh, that's it. Just what the end. Oh, man. Oh, this is so good. I'm too fat. Jetzt folgt einer meiner Lieblingsaufnahmen, in dem Jonathan, ein Franzose, Carlton aus Hongkong, versucht, eine französische Beleidigung beizubringen. Auf zum Sonnenuntergang. Jetzt sind wir hier hochgegangen um uns den Sonnenuntergang anzuschauen und wir waren zu spät. Wir sind jetzt in Rote Ruhe angekommen und gerade befinden wir uns im Redwood Forest. Das ist einfach ein unglaublich krasser Wald mit mega hohen Bäumen und richtig viel Natur. Und ich war schön. Musik 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 So, dieser Vlog wird etwas zusammengewürfelt, ich werde aber auf jeden Fall in den nächsten Videos wieder darauf achten, mehr Detailtiefe am Start zu haben. Um nicht zu verpassen, wie es weitergeht, einfach kostenfrei abonnieren oder sogar die Glocke drücken, denn dann gibt es bei jedem Video eine neue Benachrichtigung. Falls ihr generell Fragen zu mir, meiner Weltreise oder meinem Equipment habt, einfach in die Kommentare damit oder einfach mal in meiner Videobeschreibung vorbeischauen, denn da habe ich bereits einiges beantwortet und verlinkt. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao!